Der Mensch ist aus Dreck geschaffen. Der Mensch ist ein Museum von Krankheiten, ein Sammelplatz von Unreinheiten. Heute kommt er und ist morgen wieder fort. Er beginnt als Erde und scheint als Gestank. Ich gehöre der Aristokratie der unvergänglichen Hand. Und der Mensch hat das sittliche Empfinden. Versteht ihr? Er hat das sittliche Empfinden. Das ganz allein dürfte schon genug Unterschied zwischen uns sein.